Warum nicht einfach mal mit der Galerie ins Grüne gehen, haben sich vier heimische Künstler in Rabenau-Londorf gesagt und ihre Werke der Öffentlichkeit präsentiert, getreu dem Motto Kunst im Garten. Die Idee für die Ausstellung ist letztes Jahr bei der 1250-Jahr-Feier hier von Londorf entstanden. Das ist hier mitten im Ortskern von Londorf, ein malerischer Winkel. Wir sind zu dieser Veranstaltung gekommen, ausgrund dessen, dass wir uns gedacht haben, einmal Bilder in der Natur darstellen zu wollen und das ist hier bei unserem Kollegen Erich Klein im Garten, ein ganz gutes Ambiente. Also ich kann nur sagen, ich bin begeistert. Ich wohne zwar jetzt 56 Jahre in Londorf, aber dass wir so einen schönen Winkel hier haben, das habe ich noch nicht gewusst. Meine Malerei macht aus, dass ich farbenfrohe Bilder mache, dass ich reine Farben gerne verarbeite, möglichst komplementär. Meine Art zu malen ist der Surrealismus. Sie sehen es an diesem Bild, Landschaft mit unterschiedlichen Wanderern. Wir sehen hier unten die Wanderratte und da oben uns als Mensch. Und wir bewegen uns auf unserem Planeten ja auch wie Wanderer, sind nicht an einen Ort gebunden. Und das wollte ich eigentlich damit dem Betrachter sagen. Originell allemal die Exponate im Freigesserwinkel, wie hier die mobile Skulptur Wassertreten von Jürgen Wissner. Das Ganze soll darstellen, dass sich die Technik in der heutigen Zeit sich selbst den Ast absägt. Man sieht hier Technik, die sich bewegt und eine Säge, die den Ast absägt. Das Ganze spielt sich auf der rechten Seite dar. Das heißt, wenn das wirklich mal abgeschnitten wäre, würde die ganze Technik auf den Boden fallen. Die Ausstellung gefällt mir sehr gut. Ich bin immer bei den Ausstellungen, was der Erich macht, weil das ist ja auch ein Jugendfreund von mir. Und da bin ich auch immer da und gucke. Und mir gefällt das immer wieder gut. Ich bin immer bei ca. Das ist ja ein Hochreund. Untertitelung des ZDF, 2020